Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von das Übernatürliche im Neuen Testament Teil 3 im Rahmen der neunten Stunde. Und wir haben uns das letzte Mal damit beschäftigt, wie wichtig Glaube dafür ist, dass wir etwas Übernatürliches erleben. Und in diesem Zusammenhang habe ich zwei wunderbare Verse für dich aus dem Neuen Testament. Jesus sagt im Lukas 11, Kapitel 11, Versen 9 und 10, Bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet werden. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Was für herrliche Verse. Und wenn wir uns die Heilungen und die Wunder im Neuen Testament anschauen, die Jesus erleben, dann sehen wir eins immer wieder. Fast jedes Wunder passiert einfach dadurch, dass ein Mensch aktiv wird. Und diese Verheißung haben wir und ich habe hier kurze Botschaften zu diesen zwei Versen für dich. Nämlich erstens, du fällst Gott nicht zur Last. Was für eine herrliche Botschaft. Jesus, der König aller Könige, der Herr aller Herren, der lebendige Gott im Himmel. Er lädt uns ein und ermutigt uns richtig und sagt, du fällst mir nicht zur Last, sondern komm bitte mit dem, was du mich bitten möchtest. Ich habe neulich ein Gespräch zugehört, wo jemand erzählt hat, dass er ein E-Mail an den Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach geschrieben hat mit einer Frage. Und dann haben andere ihm gesagt, du kannst doch nicht ein E-Mail an den Bundesgesundheitsminister schreiben und erwarten, dass er dir antworte. Der hat so viel zu tun, der wird dir nicht antworten. Was Jesus hier sagt, ist ganz anders. Er sagt nicht, ich bin so wichtig und so viel beschäftigt, störe mich bitte nicht, sondern er sagt, komm mit deiner Bitte, du fällst mir nicht zur Last. Er ermutigt uns extrem. Ich möchte dir nochmal diese wunderbaren Verse vorlesen. Lukas 11, Vers 9 und 10. Und eine ganz einfache Botschaft. Zweitens steckt da auch drin, ich habe es schon gesagt, wenn wir uns die Heilungs- und Wunderberüchte im Neuen Testament anschauen, dann passieren sie eigentlich immer, weil irgendjemand aktiv geworden ist. Ganz, ganz selten, dass Jesus einfach von sich aus ein Wunder tut. Tut er auch gerne. Es ist auch herrlich, dass es diese Ausnahmen auch gibt. Aber die allermeisten Wunder und Heilungen passieren, weil ein Mensch aktiv auf Jesus zugeht. Und deswegen meine zweite Botschaft lautet ganz einfach, Wer Gott braucht, sollte dringend irgendwie aktiv werden. Wer Gott braucht, sollte dringend irgendwie aktiv werden. Bleibt nicht passiv, wartet nicht einfach ab, sei nicht lethargisch, sei nicht hoffnungslos, sondern Jesus sagt, es kann eigentlich alles passieren, wenn du aktiv wirst. Ich lese dir nochmal diese beiden Verse vor, weil sie so stark sind. Jesus sagt, bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet werden. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Und das Starke in diesen zwei Versen ist auch, Jesus verspricht dir regelrecht eine Antwort. Wer bittet, der wird empfangen, der Bittende empfängt, der Suchende findet. Der Anklopfende, dem wird geöffnet werden. Wo du aktiv wirst, Jesus verspricht dir eine Antwort. Das ist die dritte Kurzbotschaft zu diesen zwei Versen. Also werde aktiv, sei ermutigt, aktiv selbst Schritte auf dein Wunder zuzugehen, auf das, was du brauchst, deine Heilung, dein Wunder, wo du eine Not hast. Warte nicht einfach ab. Werde aktiv. Und einen vierten Punkt habe ich auch nochmal dazu, zu diesen zwei Versen. Ich lese sie dir noch einmal vor. Sie sind so herrlich. Bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet werden. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet. Und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Und der vierte Punkt lautet göttlicher Dreisprung. So, das kann man lesen, diese Verse, dass Jesus sozusagen verschiedene Zugänge zu Wundern hier beschreibt. Der eine bittet und ihm wird gegeben, der andere sucht und erfindet. Der dritte klopft an und ihm wird geöffnet. Aber man kann es auch anders lesen, nämlich als einen göttlichen Dreisprung, als eine Wegbeschreibung zur Gebetserhöhung, dass du sozusagen anfängst damit, dass du erstmal ganz grob einfach bittest. Und dir dabei auch überlegst, was ist eigentlich genau das, worum ich Gott bitten möchte. Schreib es dir vielleicht auch einfach auf und fang an, jeden Tag dafür zu beten. Was ist eigentlich genau das Wunder, das ich sehen will? Worum bitte ich eigentlich genau? Und dann fängst du an, darum zu bitten. Und oft ergibt sich daraus wie ein Gespräch, ein Kommunikationsprozess, ein Weg zum Wunder, nämlich dass der Herr antwortet. Und dass du dich auf einen Weg begibst, wo du konkreter suchst nach einem Wort, das Gott dir gibt. Es ist so, wenn Gott zu uns redet, dann haben wir das Wunder schon empfangen. Ich habe das letzte Mal darüber gesprochen. Wir haben schon die Verwirklichung von dem, was wir hoffen, in unserem Geist empfangen. Und deswegen, wenn wir mit dem ersten Schritt beginnen zu bitten, dann begeben wir uns oft auf einen Weg, dass wir suchen, dass unser Geist sucht und der Herr uns leitet. Und dass es immer konkreter wird, unsere Erwartungen, sodass wir zum Beispiel ein sehr persönliches Wort von Gott empfangen oder einen sehr speziellen Glauben bekommen, eine spezielle Erwartung für etwas Bestimmtes, wie Gott es tun möchte zum Beispiel. Dass wir konkrete Schritte dazu bekommen, die wir selber auch tun sollen. Und dass es immer, immer, immer konkreter wird. Und dann kommt schließlich der dritte Schritt, dass es so konkret wird, dass du vor einer bestimmten Tür stehst, an die du klopfst. Du weißt, so möchte Gott es machen. Oder irgendwie wird es sehr, sehr, sehr konkret. Das ist wie am Ende, du stehst vor einer Tür, an die du klopfst. Und Jesus sagt, dem Anklöpfenden wird geöffnet werden. So ist auch eine Wegbeschreibung zu einem Wunder, zu einer Gebetserhöhung. Und in diesem Sinne möchte ich dir diese Verse nochmal vorlesen und dich ermutigen. Glaube das, tu das, werde aktiv, gehe diese Schritte, bitte, suche und klopfe an. Dass du dein Wunder empfängst und das Übernatürliche, weil das ist das Herrliche. Wenn wir Gott bitten und er gibt, dann wird alle natürliche Grenze außer Kraft gesetzt. Alles, was sonst Menschen möglich oder Menschen unmöglich ist, gilt dann nicht mehr, sondern dann gilt das, was Gott möglich ist. Und ich lese dir noch einmal diese Verse vor. Jesus sagt, bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet werden. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet. Und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Was für herrliche Verse. Ich lade dich ein, sei ermutigt, geh auf dein Wunder zu, warte nicht einfach ab, sei nicht lethargisch, sei auch nicht entmutigt oder frustriert, sondern nimm diese Worte und werde aktiv. Geh auf Jesus zu. Er sagt dir, du fällst mir nicht zur Last. Ich höre deine Bitte gerne. Ich gebe dir gerne. Dem, der bittet, dem gebe ich gerne. Dem, der sucht, den lasse ich finden. Dem, der anklopft, dem öffne ich die Tür. Ich möchte dich sehr, sehr ermutigen in diesem Sinne und wünsche dir bis zum nächsten Mal alles Gute. Ich wünsche dir, dass dein Wunder passiert, dass dein Glaube aufgebaut wird, auch durch diesen Input. Und freue mich sehr, dich dann beim nächsten Mal wiederzusehen. Tschüss. Tschüss.